Seid bereit, immer bereit. Oh nein, da ist so eine Saat, Tussi. Oh. Oh, die ist gleich umgefallen. Alter Schwede, nicht schlecht. Ah, hier in dem Haus müsste das, äh, ne, in dem Schuppen. Schuppen ist das, ja, genau. Zack, zack. Zack. Oh. Alter. Warum steht der denn genau über ein Ziel, ey? Habe ich gar nicht gesehen. Warum hat er sich bewegt? Ja, zack. Ja, Rätsel gelöst. Keine Energie verloren. Das ist auch gut. Oh. Ja. Es wird immer unheimlich, wenn auf einmal irgendwer angelaufen kommt. So. Jetzt könnten wir hier schräg rüber, ne? Ah, ich glaube, ich weiche lieber aus, bevor ich da rumballere. Man muss dich alle töten, irgendwie, ne? Nee. Dann verrät man sich ja auch immer, wenn man rumballert. Ja, stimmt. Ah, das nächste Rätsel ist schon vor uns. Alter, wenn hier eine Eisenbahn kommt, dann auch mal ein Problem. Oh, ne Mutti. Ich mach die mal schnell platt. Das ist gute Arbeit. Ach, er lädt gerade die Waffe, dann kann er nicht hochklettern. Na, geh doch, geh doch hoch hier. Hallo. Wo will denn die Leiter nicht hochklettern? Achso. Ich muss ja von der anderen Seite hochgehen. Ich bin auch so ein Schlumpf. Mann, 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 Amateur-Zocker, ey. So. Und gelöst. In the Navy. La, 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 la. So, jetzt kommen wir hier mal runter. Dann kann man eigentlich schon wieder weiterlaufen, ne? Auf jeden Fall. Wann ich hier lang? Ja. Okay. Da waren, glaube ich, rechts und links eins. Aber ich glaube, das rechte war näher, ne? Das kann man schlecht einschätzen. Boah, die Krähen. Oh, da ist wieder so ein Fleischklops. Oh, oh. Stimmt, ja. Ui, was soll das? Ach, da ist ja der Fleischklops. Du hast dich direkt neben den gestellt und ich dachte, was machst du denn da? Weil ich habe da einen zweiten gesehen, der da von mir weggelaufen ist. Oder habe ich da irgendeinen Delay oder so? Weil der ist irgendwie auf dem Holz langgegangen und dachte, der war weiter vorne. Also, es gibt nur den einen. Hm. Es gibt nur den einen. Warte, ich schau dir mal zu. Alter, wie er brutzelt. Ich liege da voll im Feuer, aber... Ja, aber das verletzt dich ja nicht weiter. Das ist ja nicht der Remnant. Genau, das ist noch... Ich hoffe, dass sie das auch so lassen. Wenn sie das mal ändern, dann haben wir aber ein Problem. Obwohl, da muss man halt taktisch anders spielen, aber... Oh. Ja. Ist auch geil, dass ich jetzt aus deiner Sicht sehe, wie du mich wieder heilst. Und das ist gut. No. Ich muss mir aber gleich mal eine Spritze geben hier. Zack. Oh, das hört sich mal voll eklig an, wenn er da rein sticht, ey. So. Ich finde das, ähm... Das ist direkt vor uns. Was ich ganz geil finde, ist halt, wie man das auswählen kann. Ähm, das ist zwar ein bisschen verwirrend mit dem Mausrad, ne? Also mit... Ähm... Mit der Waffe und der Spritze und so. Aber vom Menü her finde ich das gar nicht verkehrt. Ja. Oh, hier ist noch so ein Fettsack. Jetzt will ich den auch mal platt machen, ey. Jetzt reicht's ja mal. Oh, die Saatmut. Nee. Wieder tot. Oh, oh. Oh, diesmal hat er automatisch gleich gewechselt in deinem Modus. Oh, dann... Wieso das denn? Alter, der verträgt aber was, ey. Der hat auch von mir schon so viele gekriegt. Wo ist denn die Saat, Mutti? Was ich gar nicht... Ich sehe ihn überhaupt nicht. Nee. Warum nicht jetzt fett... Oh, oh. Oh, jetzt ist der Ticker weg. Kannst du mich wieder belegen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube schon. Das sieht zumindest so aus. Ja, gut. Ich dachte schon, ich wäre komplett dauerhaft. gekillt oder so. Obwohl ich glaube, wenn ich einmal in dein, ähm, Modus wechsel zur Ansicht, dann macht er das wahrscheinlich mal automatisch. Das kann sein. Ja. So, drück ich mal R. Genau. Ach so, siehst du, Gewehr wollte ich ja R drücken. Aber wo ist denn die, die Saat, Mutti hin? Ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß nicht, wo die war. Ich habe auch nur plötzlich Gift abgekriegt. So, wo müssen wir denn lang? Aber wir sind ganz schön weit weg. Nee. Das ist direkt vor uns, oder was? Ah ja, das ist direkt vor uns. Ach, das stimmt da. Oh. Das war aber nicht gut, wenn wir gleich Spritze setzen. Das ist aber wirklich besser mit einem Zielfernrohr aus der Nähe, dass man gleich so abballern kann. Ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie noch einen Gegner sucht oder so, ist das in Ordnung, aber dass man so gleich losballern kann, ist gar nicht verkehrt. Das stimmt. Oh, scheiße, was habe ich denn gemacht? Da gibt es noch Munition und so. Hm. Ah, super. Hast du gefunden? Nee, weil hier gibt es noch mehr. Okay. Die ist Kiste. Ich störe gut. Ah, super. Na gut, dann können wir da jetzt gleich reingehen und uns rinsen. Ja. Oder? Ist das hier drin? Ich hatte das Gefühl, das ist oben. Muss, glaube ich, eine Treppe hoch oder so. Ja, hier ist es. Oh. Ziel gefunden steht da. Ja. Ja, hier ist es. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Oh, da. Oh mein Gott. Oh. Was war denn das? Oh. Oh nein, hinter uns ist es schon. Alter, hier ist auch... Dieses Vieh hat, ähm... Irgendwas aus dir rausgerissen. Irgendwie sah das so aus. Wo ist es denn jetzt hin? Es ist nach unten, aber ich muss mich erst mal bespritzen. Oh, hier ist es. Weiter, wie schnell das ist. Das gibt's doch nicht. Es kommt wieder. Oh, ich wollte gerade ballern, aber der lädt noch hier so ein Munition hier. Das ist aber auch ein schnelles Vieh. Oh nein, er... Scheiße, ich muss nachladen. Ich auch. Alter, wo ist... Das ist echt... Du weißt immer nicht, wann... Du weißt immer nicht, wann... Jetzt kommst du da angelaufen. Wann baute es sich auf? Wann... Wann kannst du schießen? Viel kann er aber auch nicht mehr aushalten hier. Der hat's doch von uns schon richtig bekommen. Das siehst du mal oben links, ne? Ja. Oben links ist seine Lebensanzeige. Ja, viel hat der auch nicht mehr, finde ich. Ja, bis... Also... Aber ich hab auch vielleicht keine Munition mehr. Oh, scheiße, ich muss mir mal ne Spritze setzen hier, wenn das noch klappt. Ja. Ah, die Viecher, die krabbeln mir ja gerade übers Gesicht. Ja, das ist ja lecker. So, ich mach mal die Munition hier. Oh. Ja, scheiße. Assassine ist das übrigens. Ähm, so heißt das Vieh. Also ich bin... Warte mal. Ich geh mal... Geh mal auf dich zu. Äh, ich geh mal an deinem View rein. Ja, ich bin auch gleich drauf. Ich hab nämlich... Ich hab nämlich keinen Verband mehr. Achso, doch nicht jetzt. Hm. Äh, das ist echt übel, ja? Aha. Oh, der ist ja gut getroffen. Ja. Jetzt gleich haben wir ne... Ah, alles klar. Ziel verbannen, ey. Super. So. Oh, prima. Danke, danke. Wir haben's noch nicht verbannt, ne? Ne, genau. Gucken, ob's hier irgendwo verbannt gibt. Ja, genau. Ich hab mich gerade verbunden hier. Sogar. Vielleicht gibt's noch ne Kiste irgendwo. Hm. Sonst kannst du dir ja verbannen oder den oder das, oder ich weiß nicht, was es ist. Ja. Wo ist es denn eigentlich hin? Äh. Hier unten. Ah, okay. Okay. Zack. Aua. Ich verbanne erst mal. Oh, ob ich irgendwo... Verband finde. Hm. Position. Oh. Was noch ganz cool wäre, wenn man sehen würde, ob man noch... ähm, Gegner im Spiel hat oder so, ne? Dass da so ne Anzahl steht, von wie viel Leute noch mit drin sind im Spiel. Ja, das stimmt. Ach, willst du gar nicht verbannen? Ach, äh, okay, nee, dann hat der, weil ich geblutet habe, abgebrochen, ne? Warte mal. Doch, jetzt. Ah, sorry. So. Oh, hier Vorsicht, hier ist ne Falle, ne? Ja, äh, hast du da hin aufgestellt? Ja, ich hab die... Aber die ist nicht aufgespannt, ne? Ne, stimmt. Ich guck mal hier oben lang. Oh, es hat wieder gewittert. Bisschen die Umgebung beobachten, hier. Ob mir da irgendwas auffällt. Die müssten dann ja theoretisch auf uns zukommen, ne? Versuchen uns platt zu machen. Wie immer. Wenn es noch welche gibt, weiß man ja nicht. Oh, geil, ey, guckst du hier vom Schloss runter, unten heulen die Wölfe. Wo bist du eigentlich? Ähm, ich bin ganz oben auf dem Dach. Und, äh... Ich hör irgendwie im Laufen. Ach, das bist du. Ja. Ich bin ja auch... Hier sind sogar noch Kanonen. Ich dachte, ich guck mal ein bisschen, ob da irgendwo einer angeschlichen kommt. Ob ich irgendwas sehe. Aber der kann ja echt aus allen Richtungen kommen. Da ist ja einer unten. Ja? Ja. Da siehst du, hab mir schon gedacht, außer anderen. Warte. 12... Ja? Ah, cool. Auf 12 Uhr war der, ne? Ja. Das ist auch krass, ey. Ich hab die ganze Zeit rechts geguckt und links war er. So, 74% Verbannung. Ja, Gesundheit. Nochmal. So, ist da noch wer? Nee. Nee. Oh, hast du was gehört? Von Weitem, ne? Ja. Gucken, ob der in unsere Richtung kommt. Ja. 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 Aber die Verbannung ist gleich durch, dann müssen wir uns die Trophäe holen und ich weiß nicht, was man dann macht. Ja, genau. Das ist das, äh... Ich weiß nicht, ob denn vielleicht auf der Karte irgendwas steht oder so. Naja, ich geh mal mit Trophäe holen. Hol mal die Trophäe und ich guck dann. Du musst auch eine. Achso, müssen beide einsammeln. Ich glaube, es gibt zwei und jeder kann nur eine tragen. Achso. Okay, warte mal, dann komme ich hier runter. So, wir haben jetzt beide die Trophäe aufgenommen. Jetzt steht unten links übrigens eine 5, ne? Ich weiß nicht, was die bedeutet. Ich glaube, die bedeutet, wenn du E drückst, dann kannst du die Gegner 5 Sekunden lang sehen in deiner Nähe. Ah. Da ist er. Ich hab den erschossen. Ne, echt? Ja. Alter, wie geil ist das denn? Aber ich glaube, es gibt gleich noch einen hier bestimmt. Alter, du ballerst ja die Leute nieder. Ja, ich werde angeschossen. Hast du auch unten schon? Hm. Der ist hier hinter, da. Auf 12 Uhr. Ah, okay. Ja. Ich sehe ihn immer eigentlich, ja. So links an dem Holzstapel, ne? Genau. Ah, genau. Jetzt hast du ihn gesehen. Ach, danke. Ach, geil. Ja.